Meine Damen und Herren, bitte justieren Sie Ihre Audio-Umfangsgeräte kurz in den unteren Dezibelbereich. Es folgt einer Kakophonie, welche passionierte Retro-Gamer noch heute liebevoll als den PC-Quäker betiteln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, und damit herzlich willkommen bei King's Quest 1, der Urversion, der EGA-Version. Quest for the Crown, der Quest, wo King Graham, damals nur der Abenteurer Graham, die Krone von König Edward bekommen sollte. 1987 ist es inzwischen schon, ja, ich war damals ganze 10 Jahre alt und ich muss sagen, die King's Quest Reihe habe ich geliebt. Ich habe sie geliebt. Es waren unsere Familienspiele, die Sierra-Spiele waren bei uns die Familienspiele, wo die Familie vor dem PC zusammenkam und gemeinsam gerätselt hat. Das hat anfangs gut funktioniert, später wurde es für die Eltern wieder uninteressant, aber Junior ist dabei geblieben. Und so ist es mir heute eine ganz besondere Ehre, King's Quest 1 zu spielen, muss ich sagen. Und es ist mir auch eine besondere Ehre, den Retro-Channel damit einzuleuten, mehr oder weniger. Und, ähm, ja, ich möchte gar nicht lange rumquatschen. King's Quest 1, The Quest for the Crown, hier in der EGA-Version. Wir spielen später noch die VGA-Version, ähm, aber dazu später mehr. Nun legen wir einmal los. Es folgt das aufwendige Intro. Fertig. Das ist so. Hier sind wir also. Wir sind der Abenteurer Graham, von dem niemand so genau weiß, warum der eigentlich gelb ist. Das weiß man nicht so genau. Das Ganze nennt sich 2,5D Text-Adventure. Das heißt, ähm, wir steuern das Ganze, wir steuern Graham quasi durch eine, naja, nicht 3D-Landschaft. Früher, früher hieß es 3D-Landschaft, später wurde es nachkorrigiert auf 2,5D, weil man kann quasi hinter Objekten verschwinden, man kann vor Objekten rumlaufen. Und, äh, wer Sierra Adventures kennt, weiß, es gibt ungefähr 30 Milliarden Arten zu sterben. Die erste Art, also wir werden, wir werden regelmäßig speichern, ne, hier oben hat man immer so ein schönes Menü. Info about King's Quest, was designed by Roberta Williams. Fertig. Das waren sie, das war die Info. Hier hat man noch ein lustiges kleines Help-File. King's Quest, F1, Displays is Message, Sound on and off, lalalala. Und mit 0 kann man springen, ducking und swimming. Wir haben also auch noch Action-Elemente, ähm, die hat man früher nicht ganz gerafft. Man konnte schwimmen, wenn man nicht wusste, dass man schwimmen muss, ist man regelmäßig ersoffen. Und Safe Game ist das, was man sehr, sehr häufig brauchen wird. Inventar haben wir momentan noch nix. Wir gucken uns später nochmal alles an, lalalala. Und, äh, ja. Lassen wir es erstmal dabei. Ich zeige euch gleich die erste Todesart. Ähm, man hat gerade angefangen zu spielen. So, jetzt kann ich ja natürlich schwimmen. Ah, okay. Ja, okay. Ähm, hier kann man nicht schwimmen, weil hier ist es irgendwie ein bisschen modderig. Und jetzt, man sieht bereits, entweder wir ersaufen oder wir enden als Snack. Wahrscheinlich beides. Mal kommen. Ja, man hört es bereits an der Melodie. Sierra hat es geliebt, die Leute in den Tod zu schicken, bevor es später Adventures gab, wo man nicht mehr sterben konnte, weil es doch irgendwann frustrierend war, wenn man irgendwelche Sachen vergessen hat oder sonst irgendwas. Huch, Restart. Ähm, ich hab doch Restart, achso, Restart Game. Kann ich das nicht eintippen? So, geht doch. So, da sind wir wieder. Ähm, es war teilweise echt frustrierend. Es war teilweise so, wenn man Sachen vergessen hat, dann war der Spielstand später einfach im Arsch und man musste ganze riesige Teile des Spiels nochmal spielen, um irgendwelche Sachen zu holen oder sonst irgendwas. Deswegen, wir werden häufig speichern. Ich weiß nichts mehr vom Spiel. Und jetzt hab ich schon fünf Minuten gequatscht, es tut mir leid, aber beim ersten Spiel hier auf dem Retro-Channel hab ich einfach mal ein bisschen länger introduktiert. Ist das richtig? Ich hoffe. So, Text Adventure. Was heißt das? Wir schauen uns um. Äh, nichts Besonderes hier. Look at Castle. Man musste, ich muss dazu sagen, ich hab mit dem Spiel mein Englisch gelernt damals. Äh, ich war dem Schulenglisch immer voraus, weil ich Sierra Games gespielt habe, wo man selber noch Texte eintippen muss. Äh, Look at Castle, wenn man nicht wusste, was die Worte bedeuten. Oder wenn hier, this is the castle of King Edward the Benevolent. Ähm, dies ist das Schloss von König Edward, dem Benevolenten. Wenn man das Wort nicht kannte, hat man's nachgeschlagen. Man saß regelmäßig immer mit so einem kleinen langen Scheit auf dem Schoß in der Gegend rum und hat versucht, äh, die Worte zu lesen, die Worte zu lernen und hat dadurch, hier, Look at Tree. Aha, you admire the beauty of the tree. Was für ein wunderschöner Baum. Oder hier, Look at a moat. It looks deep and dangerous. You can see Alligators floating in the water. Das sind also Alligatoren im Wasser. Look at Alligators. Man braucht das alles natürlich nicht. Das gibt alles keine Punkte, wie man sieht. Aber man kann sich alles angucken. Die Alligatoren schwimmen im Siffwasser, sagen wir mal. So, jetzt gehen wir nach links in den nächsten Bildschirm. Dann haben wir ja schon mal was geschafft. Das ist ja schon mal viel. Und auch hier haben wir wieder ein Schlösslein. Die Bäume, die Grafik sieht ja noch krumpelig aus. Aber man muss dazu sagen, die Sierra-Adventures sind eben auch mit die ersten, äh, ja, grafischen Text-Adventures und noch in ihrer Form... Juhu, äh, in ihrer Form noch einzigartig. Ähm, damals gewesen war quasi eine kleine Revolution. Und ohne Sierra Games, behaupte ich mal einfach, hätte es auch nie LucasArts Games gegeben. Also zumindest nicht in der Form. Kein Monkey Island, kein Maniac Mansion. Ich glaube, Sierra war da schon. Oder müsste der Vorreiter gewesen sein, auf jeden Fall. Und, ähm, dieser Flur zum Beispiel, in dem allerneuesten King's Quest, was wir auch parallel gespielt haben auf dem Hauptgron-Channel, ähm, wurde dieser Flur übrigens nachgestellt bei King's Quest 1 in König Edward Schloss. Genau diese Ecke, genau der untere Flur wurde nachgestellt, wenn man da mal genau guckt. Ich glaube, war es Episode 1 oder 2, es müsste Episode 2 gewesen sein. Jedenfalls, da wurde es exakt so nachgestellt. So, und wir kommen das erste Mal in den Thronraum, der hier noch ein bisschen anders aussieht natürlich. So, wir schauen es mal ein bisschen um. Look around. Und, okay, wie immer nichts Besonderes, look around wird später noch gewichtiger bei späteren Sierra Games. Hier erstmal look at King Edward. Aha, ich bin also nicht nah genug, ich muss also noch näher ran. So, reicht das denn? King Edward, der Benevolente, ist ein sehr weiser, aber leider schon sehr alter Monarch. Sein fragiler Körper verliert sich langsam im großen Thron. Mhm. Na, gucken wir uns mal den Thron an. Look at Throne. Äh, das Königsthron ist aus purem Gold gemacht und mit Rubinen verziert. Er wird deiner sein, wenn du deine Quest beendest. Okay, wir wollen ihn natürlich nicht umbringen, sondern wir verbeugen uns erstmal. Ähm, it is proper to stand directly in front of and a few bases back from King Edward. Also, um seine Eminenz entsprechend anzusprechen, müssen wir weit weg, aber nicht allzu weit weg stehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo es war. Ich weiß hier. So, Hut ist runtergefallen und äh, als wir uns vor König Edward verbeugen, da äh, wärmt uns sein gefälliges Lächeln. Sein wohlgefälliges Lächeln, nicht sein selbstgefälliges Lächeln. So, Talk to King Edward. Ich mach's, man könnte auch sagen, Talk King. Das würde auch gehen, so als Abkürzung. Ich versuch's trotzdem immer so ein bisschen auszuschreiben. So, als du zu König Edward sprichst, seufzt er und sagt, König Graham, ich bin ein alter Mann. Ich fürchte, mein Ende ist nah. Ich habe dich, ich habe euch auserwählt, euch würdig zu zeigen als Nachfolger des Thrones. Wie du weißt, ist unser Königreich schwach und arm. Aber ich weiß von der Existenz von drei Dingen, die unser Königreich wieder reich und stark machen könnten. Irgendwo, irgendwo in den weiten, weiten, weiten dieses Landes gibt es einen magischen Spiegel, der die Zukunft weiß sagt. Es gibt einen magischen Schild, der den Träger von jedwedem Schaden beschützt. Und es gibt noch eine magische Truhe, die immer gefüllt ist mit Goldmünzen. Geht, Sir Graham, geht und bringt mir diese Schätze. Wenn ihr Erfolg habt, werdet ihr meinen Thron und das Königreich erben. So, da hat er gerade noch den Arm ein bisschen gehoben. Wir gehen einfach mal von Dannen und holen uns das Königreich natürlich ein bisschen. Was mir hier fehlt, ist tatsächlich, das muss ich zugeben, ein bisschen Musik. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit rede, das Mikrofon ist so fein eingestellt, dann habe ich immer Angst, dass so ein bisschen, ja, wenn ich zwischendurch so Schmatzgeräusche mache oder so, ist das ein bisschen unangenehm. Ich würde jetzt Musik einspielen, aber dann, ja, dann fände ich es nicht mehr so richtig authentisch, weil damals waren die Spiele eben so. Ich finde die Ritterrüstung hier, links und rechts übrigens, die fand ich damals schon echt krumpelig. Die sehen einfach so, die sehen einfach so herausgefordert aus. So ein bisschen retarded, muss ich sagen, die Ritterrüstung, weiß ich nicht. Einer hat mich immer ein bisschen an Entenhausen. So, wir sind jetzt also auf der Queste. Wir sollen drei magische Gegenstände beschaffen. Vier Punkte haben wir schon. Die Frage ist, wo kriegen wir den Rest her? Und jetzt können wir natürlich Dinge machen wie Look at Tree. Hm, das ist ein normaler Baum, aber sehr schön. Okay, mit R5 kann ich speichern, äh, hier, machen wir mal hier, äh, der Anfang. So, der Anfang, Kaku 1, es geht auch mal, das waren Zeiten. So, wenn ich jetzt Climb Tree mache, geht das überhaupt? Nein, das würde nur Zeit vergeuden. Okay, dann wollen wir das mal nicht machen. Wir gehen mal weiter und hier, oh, pass auf, wir haben ja eh gerade gespeichert. Ähm, ich speichere einfach nochmal, weißt du was? Wir können es, ja? Zack, fertig. Äh, hier haben wir jetzt einen Stein. So, Look at Rock. Mhm, ein großer, grauer Stein. Und das Gemeine an Kingsfest war, ich muss dazu nochmal ganz kurz sagen, es gab kein Internet zu der Zeit. Es gab kein Internet. Das heißt, man konnte nicht mal ganz kurz ins Internet gehen und gucken, wie die Lösung ist. Man konnte nicht mal eben irgendwie fragen in irgendeinem Forum oder sonst irgendwas. Es ging nicht. Man konnte bei der Helpline anrufen in den USA, was man natürlich nicht gemacht hat aus Deutschland, wegen den horrenden Preisen damals. Ähm, oder man konnte warten, bis ein Lösungsheft am Kiosk erschien. ASM oder Powerplay oder was auch immer. Ähm, und dann hat man da in die Lösung gucken können, wenn man sich selber spoilern wollte. Damals wollte man sich nicht spoilern. Man hat ein ganzes Wochenende rumprobiert. Wenn man ein ganzes Wochenende lang nicht weiterkam, hat man am Montag früh irgendwie oder nach der Schule, hat man sich dann in den Kiosk gestellt oder in den Zeitschriftenladen und hat dann die Zeitschrift durchgeblättert, weil man sich die meistens nicht leisten konnte als Schüler. So, und dann gab es nämlich Rätsel. Das war ganz gemein. Man weiß es gar nicht. Man kommt selber nicht drauf. Ne, man guckt sich hier, wenn man diesen Stein anguckt, Look at Rock, ähm, groß und grau. Aha. Und dann denkst du dir natürlich, na gut, ist ein großer Graustein, geh ich mal weiter. Ist aber nicht so. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, Pull Rock. So. Hm. Ja, der, man kann, man kann ihn also bewegen. Das musste man aber selber rausfinden. Es gab keine Hilfe darauf. Es gab einfach keine Hilfe. Man muss es selber rausfinden. Es hat Ewigkeiten gedauert. Heutzutage wäre das super unfaires Game Design. Spieler würden auf die Barrikaden gehen. Steam-Foren wären voll mit Down-Bewertungen. Aber damals war das so. Und man hat es eben so gespielt. Und man hat es eben rausgefunden. Man hat sich festgebissen. So. Und dann gab es hier die nächste Gemeinheit. Der, der sich bewegende Stein rollt den Hügel herab. Und leider bist du im Weg. So. Und da liegen wir mal wieder tot. Ach, schön. So. Da sind wir also. Ich lade mal. Mit F7 kann man easy laden. Da sind wir dann auch schon. Und wenn ich jetzt nämlich von oben pushe, dann... Und die Frage ist natürlich, wann hat man zuletzt gespeichert? So. Push Rock. With a hidden hole, you managed to move the rock, revealing a dark hole. Und unter dem Ding ist ein dunkles, schwarzes Loch, wie man sieht. So. Look at hole. Ein Dolch ist da drin. Ein wunderschön geschnitzter Dolch. Look at Dagger. Können wir den schon nehmen? Ja, du könntest ihn besser sehen, wenn du ihn nehmen würdest. Take Dagger. So. Du greifst in das Loch und nimmst den Dolch. Und passt auch auf, dass du dich selber nicht schneidest. Und jetzt können wir mit Tab einfach mal kurz ins Inventar wechseln. Aha. Du trägst einen Dolch. Und wenn wir uns den jetzt angucken, look at Dagger, dann sieht der so aus. Aha. Its handle is beautifully carved. The Blade is bronze and very sharp. Ach ja. So sah damals ein verzierter Dolch aus. Von den Verzierungen sieht man natürlich nicht viel. Ähm. Ich gucke mal kurz. Look at Bush. Aha. Da ist nichts Besonderes. Look around wahrscheinlich auch nichts. Ja. Da ist nichts Besonderes. So. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir haben jetzt elf Punkte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es ging. Es ist schon so lange her, dass ich echt keine Ahnung mehr habe, wie King's Quest überhaupt ging, was wir jetzt machen müssen. Ähm. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr lange her. Jetzt muss ich nur gucken. Hier ist, glaube ich, My Humble A Boat. Ist das nicht das? War das der Holzfäller und seine Frau? Ich erinnere mich noch, was man denen bringen muss. Ich weiß aber nicht mehr, wo man das herkriegt. Äh. Ist tatsächlich schon ein paar Tage her. Ich gehe da jetzt mal rein. Dann gucken wir mal eben. Ich könnte jetzt schneller machen, aber ganz ehrlich, das ist ja nur für die Ungeduldigen unter uns. Man muss ja, ja. Das ist der Unterschied. Damals hat man eben so gespielt. Ähm. Heute würde man wahrscheinlich alles nur noch so. Uah. Also so spielen das, glaube ich, gar nicht mehr richtig möglich. Ich habe den Emulator auf 486er eingestellt und das hier wäre dann die schnelle Wui, wui, wui. Oh Gott, ich bin auf Drogen, ich bin auf Drogen, ich bin auf Drogen, ich bin auf Drogen. Ja. Ich glaube, wir spielen mal lieber auf normal. Ähm. Ich würde mir gerne noch mal Slow angucken. Ja, das geht. Äh, Slow ist, glaube ich, ganz gut für Sachen wie Space Quest 2. Ich werde später erklären, warum. Äh, wahrscheinlich erst bei Space Quest 2. Look Around ist wieder nichts Spezielles. Look at Axe. Äh, ja, okay. Das ist hoch. Ich habe gerade hoch gemacht, wegen IRC-Chat. So die Gewohnheit. Handler's been broken and repaired. The head shows signs of many sharplings. Können wir die nehmen? So. Die Axt ist leider richtig hart in den Stumpen reingehauen und wir können die da einfach nicht rauskriegen. Wir kriegen die Axt also nicht. Hier haben wir Wasser. Look at Pump. It's ancient rusty water pump. It probably doesn't even work. Okay, die ist schon sehr alt und rostig. Die wird wahrscheinlich nicht mehr mehr funktionieren. Wir gehen mal eben in dieses alte, schäbige Haus hinein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Also wir machen kein Speedrun. Wir spielen es einfach ganz normal durch. Ne? Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Wegen der Geschwindigkeit und so. Wir spielen es einfach ganz casual durch. So wie wir ganz casual alles andere auch durchspielen. Ich finde das einfach schöner so. Okay. Look. Ah, okay. Look Around wieder. Ja, gibt nichts Besonderes. Look at Man. The Woodcutter is thin and dressed in rags. Er ist, der Holzfäller ist sehr dünn. Also sehr, sehr, sehr dünn und in Lumpen bekleidet. Das heißt, die haben hier leider nicht so viel zu essen, glaube ich. Talk to Woodcutter. Yvonne Woodcutterfield. Alter, ich kann nicht mehr mal schreiben. So. Welcome to my humble boat. Das meinte ich. Humble boat. So, und dann bewegt er nämlich immer so die, da habe ich mich mit meinem Bruder früher immer lustig gemacht darüber, weil er die Arme so bewegt beim Reden. Das war, ich fand's, es ist natürlich ein bisschen tragisch, weil er natürlich, die leiden Hunger und wir machen es darüber lustig, aber es sah einfach so lustig aus. So. Look at Woman. Woodcutters Wife ist skinny and poorly dressed. Die Frau ist sehr, naja, ist halbskeletiert und, äh, sie ist, also sie ist sehr dürre und auch sehr ärmlich angezogen. Talk to Woman. Ähm, ich würde dir gerne was anbieten, aber wir haben nicht mal Essen für uns selbst. So, die haben also rein gar nichts zu essen. Look at Oven. Huch. Äh, nichts Besonderes. Look at Fiddle. Sehe ich da eine Fiddle? Äh, ja, aber da müssen wir näher ran. So, jetzt können wir folgendes machen. Ich speicher hier nochmal direkt der Anfang. Und dann? So, die armen Leute können sich leider nicht mal leisten, den Boden zu reparieren. Äh, sorry, tut mir leid. Und dann natürlich wieder die Melodie. Ach, Okay, dann laden wir mal wieder. Und wir sind wieder einmal erfolgreich gestorben. Und dann, ähm, hier müsste es, ähm, so, das müsste noch gehen. Look at Fiddle. The Fiddle is a beautiful instrument made of polished wood. Können wir die nehmen? Take Fiddle. Ähm, nein, wir können nicht. Das letzte, das letzte Besitztum des Holzfällers können wir nicht nehmen. Der Holzfäller-Familie, die haben sonst nichts mehr. Rein gar nichts. Wobei, die, die Gardine könnten sie auch auf Ebay stellen. Aber ob sie dafür viel kriegen, glaube ich nicht. Kann ich eigentlich Look at Bad? War das so detailliert damals? Nee, natürlich nicht. Man darf natürlich auch nichts erwarten. Ist, äh, mit das erste seiner Art. So, wir haben letzten Endes nichts gekriegt. Wir wissen nur, die haben Hunger und schäbige Klamotten an. Das heißt, wir müssen, entweder müssen wir irgendwo ein Rotkreuz finden oder wir brauchen was zu essen für die Damen und Herren. und, äh, hier ist nichts. Da ist ein See. Hier sind Blumen. Look at flowers. Ah, what a pretty bad what flowers. Es sind wirklich sehr schöne Blumen. Und, äh, der Grund, warum ich hier speichere, das wird sich bald zeigen. Warte mal, take flower. Okay, können wir nicht, können wir leider nicht nehmen. Schade. Ich wusste, also ich, wie gesagt, ich weiß fast gar nichts mehr. Ähm, ich muss, ich muss echt gucken, was, was wir hier machen können, was nicht. Ich weiß noch, über diese Brücke kamen wir nicht drüber. Die Frage ist, was, da ist ein böser Troll. Der will nicht, dass wir über die Brücke gehen. Ich könnte jetzt natürlich versuchen zu sterben, aber, ich mach das das nächste Mal. Wir müssen ja nicht immer sofort sterben. Und hier haben wir die nächste Brücke. Vielleicht kommen wir da rüber. Hm, das scheint zu gehen. Tatsächlich. Ich weiß nicht genau, warum, aber offenbar hat diese Brücke hier keinen Troll. Okay, dann gucken wir mal hier weiter rum. Äh, da ist ein Wasserfall. Ähm, Look at Waterfall. Ja, Small Waterfall splashing nearby. Ähm, dann gucken wir uns mal ein bisschen weiter um. Hier haben wir noch ein Look at Lock. It's only a rotted lock. Da können wir jetzt vielleicht mal reingucken. Look inside Lock. Hm. Können wir da gar nicht, aber vielleicht, ne? Hier so. 2,5D. Wir sind hinter dem Baumstumpf. Juhu. Look in Hole. You can do that. Grab Hole. Ja, Grab geht nicht. Ähm, vielleicht im Stumpen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist hier vielleicht was drin? Look at Stump. From here you can see the Stump is very old and nearly petrified. Okay, der ist schon sehr, sehr alt. Ähm, Search Stump. Geht das? Nein, Search kennt der gar nicht. Verdammt, ich kenne die ganzen Befehle natürlich auch gar nicht. Ähm, Was mache ich denn da? Hm. Na gut, schauen wir uns ein bisschen weiter um. Mal gucken. Äh, generell wäre es praktisch, wenn ich mir jetzt eine Karte zurechtgelegt hätte von der ganzen Gegend. Hier sind wir wieder bei dem See. Äh, Äh, ich glaube, aber da konnte man noch irgendwie, oder? Look in lock? It's only a rotted lock. Okay, vielleicht ist da doch nichts drin. Ich könnte schwören, da war irgendwas drin. Eine Taschenlampe kriegen wir natürlich nicht, denn, äh, in Fantasy Romanen gibt es meistens selten Taschenlampen. Hm, hier sind wir da beim Holzfäller. Man sieht die Gegend, es ist nicht alles riesengroß. Ich gehe da mal ein bisschen nach oben. Wenn wir ins Wasser gehen, können wir übrigens ertrinken. Es sei denn, wir schwimmen. Das hat man, glaube ich, ganz am Anfang auch schon. Und wir gucken mal im Norden, ob wir irgendwas finden. Einen Brunnen. Aha, im gesamten Königreich Geschichte und Mystery scheinen aus jedem Stein zu erstrahlen, zu erschallen.